Maurice D'Alessio an der Reihe und er hat schon mal bei der Europameisterschaft für Orgel- und Keyboardspieler mitgemacht und hat dort einen ganz tollen dritten Platz belegt. Aber bei uns zählen einfach nur Ihre Stimmen, wer denn am nächsten Sonntag wieder weiterkommt. Wir freuen uns jetzt auf seine warme, sanfte Stimme. Sonne, Palmen und Harmonie. Wie soll's anders sein? Meine Damen und Herren, Maurice D'Alessio. Ra, 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 Rally. Sonne, Palmen in Harmonie. Es ist traumhaft, warn, unvergleichbarer Schal. Schneeweißer Sand am karibischen Strand. Die Sterne sehen uns zu, weites Meer und sanfte Ruhm, komm wir haben eine schöne Zeit. Oh la 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 lie, Sonne, Palmen und Harmonie. Oh la 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 lie, im Herzen frei wie mir. Oh la 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 lie, eine Zeit wohl wohnt hier. Oh la 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 lie, Sonne, Palmen und Harmonie. Oh la 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 lie, Sonne, Palmen und Harmonie. Oh la 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 lie, in einer Kurzfassung, Sonne, Palmen, Harmonie, Maurice D'Alessio.